Moinsen und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Gears of Warfare mit Kathi. Hallo! Wir haben gerade Kathis Lieblingsgegner besiegt. Lass mal weiterlaufen, oder? Willst du vorgehen? Ja. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. JD, hier lang! Okay. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Achso, da geht's gar nicht runter, oder? Ich wollte da gerade runterspringen. Ich dachte auch, da geht's weiter. Ach, die Musik. Oh, wie spannend. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ich nicht? Nee. Nee. Das Ei sieht frisch aus. Ach, dein Papa kommt. Mhm. Oder? Eklig. Oh Gott. Dad! Komm schon, Dad! 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 Verdammt! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Das bringt nichts, Entwicklung! Verdammt nochmal! Atme, verdammt! Dad! Steh auf! J.D. Dad! Hör auf! J.D. Hör auf! J.D. Hör auf! Du musst loslassen. Nein. Er ist tot. Gott! Oh Gott! Runter mit seiner Rüstung! Krass! Ja! Wicht ich üblich! Wicht ich übel! Keine Sorge, Dad! Wir sind hier! Ja! Herr, eigentlich! Ja! Mann, du riechst übel. James, in der Kapsel. Ich war in Ihrem Netzwerk. Netzwerk? Was für ein Netzwerk? Das hier. Dieser ganze verdammte Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Leute in den Kapseln. Ich konnte sie spüren. Die Locusts sind nicht tot, James. Ja, das haben wir gemerkt. Kate. Deine Mutter. Was ist mit meiner Mutter? Sie lebt. Sie wird nicht wie die anderen behandelt. Keine Kapsel. Wo ist sie? Auf einem anderen Madenfriedhof. Nicht weit von hier. Wir müssen da hin. Warte. Die Leute aus deinem Dorf. Ich konnte sie spüren. Nur kurz. Sie haben es nicht geschafft. Oh, verdammt. Oscar. Kate. Es tut mir... Warum unsere Freunde hilft meiner Mutter nicht. Also gut. Wie kommen wir jetzt wieder nach oben? Tja, das wird dir nicht gefallen. Oh doch. Ich wette, ihm gefällt's. Ich wette uns allen jetzt gefallen. Ich warte die ganze Zeit auf dieses eine große Monster. Jetzt verrate es doch nicht. Nein, nein. Und dann ist mir aber gerade eingefallen. Das war in Teil 1, glaube ich. Das war gar nicht hier, dieses große Spinnenmonster. Wie hieß manch denn dein Stuttgart? Ja. Marcus, als du in dem Ei warst, hast du noch irgendetwas erfahren können? Die ursprünglichen Locust, die großen, die werden Sine genannt. Die haben ihr das Sagen und nutzen uns, um eine Armee aufzubauen. Und was können wir dagegen unternehmen? Das überlegen wir uns später. Jetzt müssen wir zuallererst Kates Mom finden. Danke, Marcus. Dieses große Spinnenmonster, das man dann in diesen Schleim reingeworfen hat. Weißt du, wo man die Plattform zum Abstürzen gebracht hat? Mhm. Das war im ersten Teil, ne? Ja, das war im ersten. Ja, ich dachte die ganze Zeit, das müsste hier irgendwo noch... Das spielt man schon wieder Brücke. Brücke, 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 Brücke. Ja, das war doch so eine Brücke oder so, wo wir ewig rumgemacht haben. Ja, genau, so eine Plattform, wo hinter uns der Boden eingestürzt ist und so. Ja. Ja, das war der erste Teil, ne? Das war nicht hier. Mhm. Ah, hier kannst du nochmal Granaten mitnehmen. Wo? Hier, später Granaten. Ah, ich bin voll. Ah, dann nehme ich die. Das kommt mir gerade recht. Ah, hier entlang. Lancer-Munition bist du auch voll, ne? Ja. Gut. Einen Arcon-Bogen könnte ich noch brauchen. Ich könnte auch noch einen Longshot brauchen. Uh. Ja. Oh, nee. Hm. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf gerade. Okay. So, guck mal, was da drüben steht. So ein Ding, ne, mit dem man hier... Magst du mal? Nee, nee, du machst es so gerne. Ist du ganz sicher, dass ich nicht... Ich würde es dir mal lassen. Am besten, dass wir weitere Science aus ihnen herauskriechen. Aber du machst es halt so gerne. Hast du eine Kiste? Ja, die sammeln wir nachher bestimmt ein. Alle zurück! Ich beseitige die! Oh. Ups. Einbruch. Oh-oh. Da kommen Larven. Klingt sogar nach einer ganzen Menge Larven. Erläutig. Erläutig. Ich habe hier noch einer. Da ist einer. Umgängig von Lancer Munition hier überall. Ich bin nicht hier. Das war's. Wir sind durch. Pst. Das ist hart. Oh, scheiße. Noch ein Haufen Locust-Cocons. Oh, da ist ein, äh, Kiecher. Leg den Heschaum! Äh. Wem was? Komm gut, bitte. Den Heschaum! Ja, okay. Deswegen sind wir... Ach, Pakistisch, das schießt das Ding einfach. Okay. Oh, da kommen wir auf den Markt. Wollen wir runter? Oh, du bist da alleine runtergesprungen. Ja, der Hescha war hier. Ja. Hast du vorhin nicht geguckt? Nee, ich dachte, er war oben. Lustig. Oh, scheiße. Leg den Heschaum! Den was? Den Heschaum! Na, den ist ich da. Ach, Pakistisch, das schießt das Ding einfach. Oh, diese Teile hier. Ja, geh schon! Heschaum! Oh, Mann. Hm? Das ist sich direkt vor mich gestellt. Oh, Entschuldigung. Heschaum, oben. Ich denke. Und der ist laufend. Ops. Oh, oh, irgendwas hat mich getroffen. Oh, guck mal, hier. Ja, man, was gibt's guter. Alter, ich kann mich genauso wieder nicht angeschütteln, wie ich es auch sah. Ich kann mich auch nicht angeschütteln. Verstanden! Du weißt ja, sie sind halt wiederbelebt, wenn die rauskommen, ne? Ja. Erledigt. Boah, zum Glück. Hescha, erledigt! So. Ups. Oh. Er war was ebenfalls? Okay, suchen wir einfach den Tunnel hier raus und arbeiten uns zum Erztransport. So, hier ist eine Munitionskiste. Ja, wo ist hier? Hier bei mir. Hier bei mir. Hattet ihr Probleme hier runter zu kommen? Das war ein ziemlich langer Ritt. Nein, keine echten Probleme. Wie viel hast du noch? Bei 136. 128. Ja, natürlich. So, hier oben ist die nächste. Ich meine, es steht noch eine oben. Wie viel hast du hier? Da waren 204 Schuss drin. Ich bin bei 3,40. Bei 51. Dann gebe ich die ein oder zwei Mal Munition ab, bevor ich die letzte hier nehme. Ja. Ich kann nur Waffe tauschen. Kannst du? Ich kann auch nur Waffe tauschen. Ja, warum ist denn das so? Keine Ahnung, dann nimm die Kiste einfach. Wahrscheinlich, weil du immer noch Delz-Waffe hast, oder? Keine Ahnung. Ob ich hier einfach mal tausche? Oder habe ich vielleicht weniger Munition hinterher? Ja, jetzt habe ich noch 250. Dann tausch doch wieder zurück. Nimm die Kiste. Das ist blöd. Das ist für welche? Und bestimmt fitterbar. So, ich bin jetzt voll, nämlich. Dann gehe ich die nächste Kiste. Ja. Da lang? Da vorne bliebt es schon wieder. Na, Dropshot. Oh, brauchen wir nicht hier? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was kommt. Aufpassen! Schwarm direkt voraus! Bin leer! Ich habe keine Granaten. Ich habe keine Granaten. Granate! Ich weiß nicht, ob ich die Troppe habe. Ja, pass auf, da sind Larven, glaube ich. Ach so, ich gehe weg! Ich komme ein bisschen von der Deckung weg. Oder hast du alle erwischt? Ich glaube, es war nur eine. Das Loch sieht verschlossen aus. Oh ja, das war cool. Da kommen noch mehr Larven, eine noch. Zurück in dein Netz! Ich sehe dich. Oh, der hat da hinten irgendwas, was hat der. Akronbogen ist das. Akronbogen, ja. Der hat so ein lautes Aufladengeräusch gemacht. Akronbogen. Verstanden! Pass auf! Nächster! Verstanden! Nächster noch? Der war da unten, ja. Der hat ihn gerade zergetreten. Okay. Ablösch noch eine. Oh, okay, der ist gut. Okay, James. Dieser Erztransporter. In welchem Zustand ist der? Hier sind Granaten im Loch. Kokelt etwas. Er brennt. Dad. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Jetzt haben wir, hier liegt einmal Akronbogen. Oh, ich bin zu voll. Und hier hinten liegt der Zweite. Jetzt. Ja, aber jetzt bin ich voll. Ja, das ist doch cool. Ich hab die ganze Zeit gespart. Ich hab hier gedacht, oh, demnächst kommen keine mehr. Lieber ein paar Mal öfter sterben, ne? Gibt's eine gute Waffe zu benutzen. Ja. Ja. Gut und sparen. Das bist du echt, ey. So ein blinder Spieler. Wenn du so ein Rollenspiel würdest, ne? Du bräuchtest auch so ein Endlosen-Inventar. Ja. Oder deinen eigenen Händler, der immer mitkommt. Wir sind fast da, Markus. Jetzt sind wir hier wieder angekommen. Ja. Ah. Dann sind wir wieder hoch, oder? Große Runde gedreht, ja. Beim letzten Mal sind wir da hinten durch die Tür gegangen. Da müsste hier ja quasi alles frei sein, ne? Bis vielleicht auf ein paar Maden oder so. Theoretisch schon. Ich hoffe, wir haben hier irgendwo eine Munitionskiste stehen lassen, als wir beim ersten Mal durchgekommen sind. Aber ich glaube nicht, ne? Da waren wir knapp hier. Oh, guck, der ist noch. Er bleibt zurück. Höchstlöchst. Höchstlöchst. Ach, auslöchst, sagt er. Ja. Ach, cool. Das ist dein Hobby, glaube ich. Ah, der ist tot. Aber da um die Ecke sind bestimmt noch welche, oder? Sehr vorsichtig. Ja. Starklar! Oh, der hat eine Lancer. Dale, gib mir deine Waffe. So, klar. Du hast doch schüschen, wie er Waffe. Ah, aber du. Dale, nicht wegrennen. Das ist für mich. Nein. Ah, super. Was denn? Ich habe erst mit Dale getauscht und dann mit deinem Vater. Jetzt habe ich wieder mehr Schuss. Wifel hast du? 2,36. Ja, da oben liegt, wie gesagt, am Ende der Treppe mit Lancer. Ah. Kommt schon, wir sind fast da. Okay, er müsste einen geliehen lassen haben. Ja. Woher weißt du los? Ich habe doch gesehen, womit er auf mich geschossen hat. Ach so. Du erkennst, ob es eine Lancer oder eine Hammerburst ist? Ja. Das sieht man. Die Lancer hat doch diese Säge unterm Lauf. Vielleicht habt ihr ja nicht schießen sehen. Ja, aber ich schon. Vielleicht am Schuss allein erkennst du das. Ach so, nee. Ja, wenn man Glück hat, weil die Hammerburst, die macht ja wirklich immer nur so kurze Feuerschlüsse. Und mit der Lancer, da hauen die ein bisschen mehr drauf. Brauchen wir hier eine Buzzkill? Noch ein Herrscher! Lasst euch nicht schnappen! Nein. Ja, das brauchen wir. Der komplette Schwarmstock ist uns auf den Fersen! Ich bin runter, kleiner Herrscher! Ich bin runter, kleiner Herrscher! Wo ist denn der? Das sind aber nicht nur Herrscher! Ich bin tot. Ja, nee. Ich habe zu lange gewartet, dass der Herrscher runterkommt mit der Buzzkill. Mhm. Das ist ja, finde ich, ist echt wieder eine schwierige Stelle, ne? Ja, also das Spiel hat fast nur schwierige Stellen. Echt? Noch ein Herrscher! Lasst euch nicht schnappen! Hm, finde ich nicht. Der komplette Schwarmstock ist uns auf den Fersen! Wenn wir das zweite Mal spielen, geht's. Aber als wir das erste Mal gespielt haben, lassen wir ständig kommen. Das stimmt. Du kannst da oben in den Baum reinrennen. Er kommt runter! Treibt ihn zurück! Oh, jetzt kommt er. So, ich muss nur meinen geringen Schleck. Mein Schleck kommt auch in den Raum hier rein. Ich hoffe nicht. Das wäre die grösste Pleite von allen. Da ist ein hässlicher hier drin. Hier drin? Ja. Oh. Ich bin auf 250 Schuss runter. Ich bin 90. Da kommt ein hässlicher hier rein. Vielleicht auch nicht. Ich hab was bedenkt. Hast du geschossen? Erledigt. Ich bin bei 19 Schuss. Ich hab auch 19. Nice. Hast du genug Dank für deinen? Ja, ich seh dahinten auch einen, wenn der nicht im Weg wäre. Ja. Vielleicht kann ich dein Quadarmonie klauen. So weit raus wollte ich gar nicht. Dankeschön. Oh, da haben wir Asutakis. Stell? Stell, stell! 154 Schuss wieder. Ja, das ist doch ganz gut. Wo ist denn da noch einer? Ich weiß wie eben. Da muss ich mal ne Peilung durch. Na. Oh, da drin. Ach, da hinten jetzt seh ich ihn. Aber da leben noch mehr, glaube ich. Noch mehr. Ja. Ja. Stattler! Hey! Raus hier, bevor noch mehr auftauchen! Laufschritt zum Erztransporter! Was ist das? Erstmal. Ach so, dringend um. Komm schon, komm schon! Wer macht denn hier so'n Lärm? Hier liegt Lenz auf. Gerade recht. Ich hab's mitgenommen. Ah, gut. Ja, wir waren beide unten. Ja, ich komm mit 19 Schuss, klar, ist kein Problem. Ich hab jetzt 205. Sichtbarkeit kann ich dir abgeben. Ja, vor allem hat das halt nicht so richtig funktioniert. Wie ist das denn? Komm mal her. Waffe tauschen. Ja, sag ich ja. Dann tauschen, warte mal hast du die 200 Schuss. Ja, das bringt doch dann auch nichts. Doch, ich kann mich verstecken und du schieß. Ah, das hört sich voll gut an. Ich glaub, wir sind eh gleich durch, oder? Jawohl, glaub. Bin ich mir nicht so sicher. Wo bist du denn? Ich bin in diesen kleinen Raum reingeräumt. Um nach Munition zu suchen. Ich bin vorne bei unserem Team. Ich seh keinen mehr. Oben, oben, Treppe hoch. Wo bist du denn? Ach so. Ich bin nicht die Treppe hoch. Wo bist du hinlang gelaufen? Ich bin einfach unten stehen geblickt und hab mich umgeguckt. Da hatten wir uns doch schon umgeschaut. Ja, trotzdem. In dem Raum waren wir auch schon drin. Kann sein, dass da jemand inzwischen wieder was hingelegt hat. Mhm. Er würde uns schon Munition hinlegen. Ja, wenn die Locust uns wirklich lieb hätten, würden wir uns Munition hinlegen. Ah, da kommt noch einer von hinten. Ja. Findest du? Ja. Er dachte, er könnte sich anschleichen, ne? Der Böse. Da sind noch mehr! Von rechts von dir. Oder links. Hinter dir. Du blockst mich. Ich guck ein bisschen nach hinten, lauf dich weiter. Mhm. Hinter uns. Oh yeah! Danke fürs Gespräch! Erledigt. Ich guck dir nochmal in den Seitenraum rein. Gibt's da mobilen? Brandgranate. Großartig. Okay. Super. Da kommen wir jetzt? Scheiße! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter uns? Ich guck gerade. Hinter uns seh ich noch nichts. Doch! Da kommen welche. Jetzt bist du echt tot! Kommst du vorne klar? Ja. Ich hab den. Sieht ziemlich tot aus. Hinter uns müsste eigentlich noch einer sein, aber ich seh den nicht. Vielleicht ist er außenrum zu euch gelaufen. Und vorne sieht gut aus. Ja, der ist wahrscheinlich hier über den Graben gesprungen. Hm. Zum Erztransporter geht's die Treppen hoch. Treppenhochsärzte. Lauft weiter! Na! Ja, das war immer den letzten 19 Schuss. Wollt grad fragen, woher ich mich jetzt wieder her? Sie kommen! Kate, zu mir! James, wir brauchen einen Plan! Okay. Benzintank? Explodiert. Kontrollraum? Zerstört. Beeilung! Wir fliegen! Hä? Äh, witzige Idee, aber leider unmöglich. Vielleicht nicht. Ah ja, Gegengewicht. Hey, ich hab einen Plan! Ich möchte erwähnen, dass ich nichts damit zu tun habe! Ich möchte erwähnen, dass ich nichts damit zu tun habe! Schnappt euch alle ein Kabel! Schieß! Oh! 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 Bescheuerter Plan! Ja! Oh! Scheiße! Ach, müssen wir jetzt schwingen? Ha! Ich hab doch gesagt, das funktioniert! Oh! Sehr nett! Das ist keine gute Idee! Das kann die Kamera gar nicht nach oben gehen! Kann auch nicht! Ja! Vorsicht! Ach, wir haben Endlos-Munition! Aber was soll das alles beteiligen? Die Netze, die hier im Weg sind! Ah! Der Minenschacht stürzt ein! Nein, 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 nein! Oh! Oh! Scheiße, das war knapp! Da kommen Laufen! Und da gehen Laufen! Oh! Scheiße! Gegen Gewicht! Au! Ich bin mir irgendwo hängen geblieben! Was für die Idee war das nochmal? Hey, wir arbeiten immer noch daran! Biest auf die Netze! Apeilen! Nur noch zwei! Ach, wir sind zwei! Was ist jetzt wieder? Oh, schwinge, 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 schwinge! Warum schwingt der denn nicht? Ich musste schwingen! Kannst du gerade schwingen? Oh, doch! Na klar! Um mir auszuweichen dem ganzen Plan! Ich bin einfach so hoch! Ab jetzt sind wir mit dem her? Ich glaube, ich war ein bisschen hinten dran! Ne, ne, davor konnte man auch schon ausreichen! Aua! 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 Hingeglieb! Fast oben! Ich sehe schon das Ende! Na super! Das Ende kommt uns schon entgegen! Ah! Darum halten wir nicht an! Diese Maschinen werden uns zerquetschen! Dann knallt sie ab! Wir werden einfach immer schneller! Hey! Wie? Das war's? Und du dachtest, fliegen geht nicht! Echte! Hey! Hey Dad! Alles klar? Ja! Aber hör zu! Bevor es weiter geht, brauchen wir erst Verstärkung! Was? Du meinst Gin? Nein! Einen Freund! Oh bitte! Jeden außer ihm! Ihn zu rufen bedeutet einen kleinen Umweg! Einen Umweg? Was wäre nach einem Umweg aus dir geworden? Kate! Ich hab doch gesagt, deine Mutter ist... Dann wärst du jetzt nur noch ein Schleimhaufen! Oder Schlimmeres! Ach, jetzt komm schon! Was Schlimmeres als einen Haufen Schleim gibt's doch gar nicht! Wir werden sie retten! Jetzt! Oh! Dad! Es ist ihre Mutter! Dieser Friedhof ist doppelt so groß wie der hier! Du warst in ihrer Position! Hast du damals gezögert? Oh! Scheiße! Super! Hippi! Ah! Jo! Das war's dann für heute! Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid! Macht's gut und bis dann! Ciao! Tschüss!